Jenny Garth, Streit mit Shannon Sie äußert sich Jenny Garth, 50, hat klargestellt, dass zwischen ihr und Beverly Hills, 90.210 Co-Star Shannon Doherty 51, kein Zoff herrsche Jüngster Grund für die Annahme war ein Instagram-Beitrag auf Garth's Profil gewesen. Die 50-Jährige hatte vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Account eine Slidishow gepostet, in der sie mit ihren Fans einen Zusammenschnitt von Eindrücken einer Beverly Hills 90.210 Reunion teilte. Doch während es Aufnahmen von Garth zusammen mit Schauspiel-Kolleg, innen wie Jason Priestley 53, Ian Ziering, 58, und Tori Speeling, 49, gibt, fällt aufmerksamen Follower, innen auf. Dass eine Person auf den Bildern fehlt, Shannon Doherty Garth stellte daraufhin in den Kommentaren klar, okay, jeder sollte jetzt einmal tief durchatmen. Erstens habe ich einfach kein Foto von mir und Shannon auf meinem Handy, das ich jetzt hinzufügen könnte. Verteidigt sich die Schauspielerin. Sie und Doherty hätten unterschiedliche Terminpläne. So dass sie sich nur selten würden. Außerdem bat sie ihre Fans, hört auf, Vermutungen anzustellen. Wenn ihr absolut keine Ahnung habt, wovon ihr redet. Dazu postete sie das Emoji einer Friedenstaube und ein Herz. Damit räumte Jenny Garth endgültig mit den Gerüchten auf, sie und Shannon Doherty würden im Streit miteinander liegen. Verwendete Quelle, Instagram.com